Hallöchen und willkommen zurück. So, ich habe immer noch dieses Scheißprobleme, dass ich nicht weiß, wo ich gehen muss. Immer noch. Ganz ehrlich. Ich weiß es immer noch nicht, weil hier sind wir ja erfolgreich rausgekommen. Aber ich gehe hinten so alles so sehr. Das ist doch scheiße alles. Oh ne, ich will das alles so nicht. Eigentlich müsste ich ja da hoch, weil es noch dunkel ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Weil ich muss da irgendwie hoch. Ich weiß aber nicht, wie ich hoch soll. Das weiß ich nicht. Ich mag das Ding nicht. Das spuckt Feuer. Da siehst du, und ihr troffen. Mann, so eine Kecke hier, ey. Jetzt kommt ja diese Dresenviech wieder. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Die kleinen Dinger, die sind aber echt extrem nervig. Und belastend. Nein, ich spring da auch noch rein, ich Idiot. Mal ganz ehrlich. Boah, das war knapp. Nein, ich muss explodieren. So. Weil ich komme da nicht weiter. Ich muss da irgendwie, da muss ich irgendwie weiterkommen. Hier bei diesen... Jetzt kommt der wieder nicht hoch, weil ich da schon wieder zum Blöd bin. Hier bei dem Ding... Nee, bei dem Ding nicht. Bei dem da drüber muss ich irgendwie weiterkommen. Da ist wieder zum Thema Speichern ist wichtig. Nee, Leute? Haben wir ja gelernt. Speichern ist wichtig. Boop. Nein, die troffen. Oh, so eine Kacke. Ich hasse diese kleinen Nervchenviecher. Die sind so nervig, sind die. So. Wenn du nämlich nah genug an die Dinger ranstehst, kann dir nichts passieren. Rane, 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 rane. Hier war noch so ein scheiß fucking Ding, Alter. Wozu, warum hab ich nicht verdient? Wieso, weshalb, warum? Warum wird ein Spiel immer schwerer, immer schwerer? Das verstehe ich nicht. Bop, 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 bop. Du dey, du dey. Du dey, du dey, du dey, du dey, du dey. Ich speichere gleich mal ab, ich speichere gleich mal ab. Ich speichere gleich mal ab, wenn ich das Ding fertig hab. Ja, oder ich sterbe vorher. Das soll das Mittel sein. Die Viecher wieder. Oh, sorry. Bum, 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 bum. So, jetzt speichere ich erstmal, bevor ich weitergehe. Bitte. Jetzt speichere ich gleich nicht mehr. Oh ja. Das Ding springt wieder zurück. So, Bub, ist neidding gepflanzt worden. Hoch. Irgendwie. Und das Ding müsste ich auch irgendwie besiegen, können, hoffen, irgendwie. Genau, und da müsste ich jetzt nochmal die Karte aufmachen und da muss ich eigentlich irgendwie weiterkommen. Da muss ich weiter. Beziehungsweise das ist mal andere Seite hoch oder so. Ich komm da aber nicht weiter. Ich weiß nicht, wie. Jetzt kann ich da wieder runter. Kommt schon wieder so ein Scheißteil. Ich bin echt... Ich weiß nicht, wie ich das jemals schaffen soll, da irgendwie ranzukommen. Weil das für mich unverständlich ist. Jetzt kommt wieder so ein Scheißding angekullert. Puff. Dieser Strahl, der da kommt. So. Ich müsste mal da oben auf die Ecke speichern. So. Fluppy. Der ist gleich Apfelmus. Das Ding brauche ich jetzt nicht mehr tot machen. Springe ich einfach jetzt hoch. Bring doch die Pirnepunkte sonst. Oh ja Mann, ich weiß das nicht. Jetzt speichere ich erstmal hier, bevor ich jetzt wieder tausendmal die ganzen Scheiße da rennen muss. So. Da komme ich auch nicht weiter, egal wie ich es mache. Jetzt muss ich mir nochmal die Karte angucken, weil ich da drüben stehe. Dieser Scheißstrahl. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Verdammter Axt, verdammter Axt, verdammter Axt. Buing. Auf ein neues. Das geht aber irgendwie nicht. Die kommen da echt nicht rüber. Das schafft der nicht. Scheiße, dieser Scheißstrahl schafft das auch nicht. Da rüber zu kommen. Aber irgendwie muss es doch gehen, dass ich da rüber komme. Außer ich... Warte mal, wenn ich gleich nochmal... Ich will mir nochmal die Karte angucken. Gleich irgendwie. Wenn ich irgendwo in Sicherheit bin. So, gerade da angucken. Komme ich da anders gar nicht ran? Nee, anders komme ich da gar nicht ran. Egal wie ich es mache, ich komme da nicht ran. Nee, das stimmt. Beziehungsweise Ziel. Betritt den Kindersbaum und stelle ihn wieder her. Ziel. Aber erstmal müsste ich ja wissen, wo dieser komische Scheißbaum ist. Also nochmal Karte. Da ist das Viertel. Ist dieser Punkt? Da bräuchte ich auch vier. Ich müsste irgendwie mal Tore freischalten. Genau, genau. Das ist jetzt mal... Genau, da müsste ich jetzt auch... Genau, da muss ich hin. Zu dem Ding. Da bin ich. Und da muss ich hin. Immer noch. Aber wie komme ich da hin? Das heißt, ich muss nochmal den kompletten Weg zurück. Quasi hier lang. Nee, das geht ja auch nicht. Da muss ich noch freischalten. Na, hier habe ich schon 66%. Da bin ich jetzt. Genau da. Und? Hin muss ich... Das ist doch dieser scheiß Kackbaum, oder nicht? Ich will hier hin. Hier will ich hin. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu doof dazu. Uri übersteigt mein... 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 Geist jetzt... Weiß ich nicht. Mein Horizont, oder so. Oh, voll rein gesprungsscheiße. Aber egal, was er macht, der kommt da auch nicht rüber. Aber da muss ich ja auch irgendwie lang kommen. Karte? Wenn ich davor stehe. Weil da ist nämlich so ein Ding. Da muss ich irgendwie nochmal hin. Weil egal, wie ich komme. Geldspotel. Zerstörbare Böden. Da ist ein zerstörbarer... Ne, eine zerstörbare Wand ist das. Aber wie? Ist das auch eine zerstörbare Wand? Müsste man mal ein Stück weggehen? Noch ein Stück weggehen? Ne, das ist kein zerstörbare Wand. Also geht das nicht kaputt. Sondern nur das Ding nach vorne. Und wie? Frage ich mich. Und wie? Und wie? Der kommt da nicht hin. Ich verstehe es nicht. Kannst du dich damit runterfallen lassen? Vielleicht ins Loch oder so, wenn die da draufstehen? Das war zu spät gesprungen. Jetzt musst du einfach mal nach unten rennen, eine Weile. Ich bist so gleich tot. Egal, was man macht, man kommt einfach echt nicht weiter. Dann bist du dir auch eine zerstörbare Wand da oben drauf, quasi. Da oben kommt er ja auch nicht hin, ehrlich gesagt. Egal, wie er es machen will. Das ist doch ein verflixte hier. Dann brauchst du dir auch nicht hin. Ob, tot. Ja, was man macht, man kommt nicht weiter. So, dann machen wir das hier mal noch. So, dann machen wir das hier mal. Was soll ich denn jetzt machen, sag ich mir, frage ich mich jetzt ernst, echt mal ganz ehrlich. Ich ärgere mal ein bisschen hier so ein Renitzeros oder wie sieht der Renitzeros so. Oh, dass die Punkte nicht davon wirklich weitergehen, ist ja doof. Floppy, komm hier gegen, hier gegen, hier gegen. Egal wie man es macht, man macht es falsch. Ansonsten... ... ... ... So, da ist am besten nochmal komplett zurück. ... 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 Es ist doch echt so zum Kotzen Oh, komm So, bin ich jetzt richtig? Einfach geradeaus Jetzt bin ich da So, dann gehe ich jetzt hier einfach mal lang Ich habe kein Kartenfragment Das habe ich eigentlich schon benutzt gehabt So, meines Wissens Komme ich jetzt hier nicht hoch Ich muss ja da auch irgendwie hochkommen, ganz ehrlich Das ist doch scheiße, ganz ehrlich, Mann Oh, nee Kommt man nicht hoch Wozu hoch? So Jetzt renne ich wieder da lang Es kann nicht sein, jetzt bin ich hier wieder So Okay. So, wenn man schnell genug drückt, kann man das auch machen. Jetzt bin ich hier wieder. Jetzt muss ich oben lang krabbeln. Und dann komme ich hier irgendwo hoffentlich hier runter. Obwohl, ich hätte ja auch endlich hier runtergehen können. So, ich hätte hier oben nochmal lang. Hey, kein Thema. Bevor ich hier weitergehe, speichere ich. So, jetzt bin ich ja hier bei der blöden Höhle, wo ich definitiv nicht reingehen werde. Weil ich bin froh, dass ich den Mist hier schafft habe. So. Dann werde ich halt komplett nochmal nach hinten lang kaufen. So. So, jetzt werde ich hier. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich runterkomme. Ey, cool, hier war ich noch gar nicht. Boah, eine Fähigkeit zu leihe. Jawohl. Ich speichere erstmal. Pupp. Und B. So, was mache ich denn jetzt? Welches... Welches Dings putsche ich jetzt auf? So, jetzt muss ich mal gucken, welches ich da mache. Jetzt habe ich erstmal so eine Lebenszelle. So, jetzt habe ich erstmal einen Schluck mehr zu trinken. So, jetzt erstmal B und jetzt mal gucken, was ich finde. Fünf, 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 Dings mache. B. So. So. Oder das mit dem komischen Schießen da. Ach, nee, er fordert Stoßen und Steuerflammen. Die muss ich erst finden, ja. So wahr. Also einer von die zwei muss es sein. Gut, ich habe mich dafür entschieden. Ich glaube, das war es heute erstmal für die Aufnahme. Ich musste erstmal gucken. Irgendwann taut da nicht ganz Sinn mit dem Spiel. Wir sehen uns bei dem nächsten Mal. Bis, Danny. Tschüss.